Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Let's Play Minecraft Let's Play Call of Duty Let's Play Call of Duty Warte kurz Ich war noch nicht fertig Warte kurz Du siehst voll Ich weiß nicht wie ich darauf reagieren soll Und ja da werden wir Leute Wir wollen heute etwas mehr tun als nur kacken und pissen Wie der gute Herr Peter immer nur tut Und so Der Peter ist gerade schlafen Der Peter ist gerade schlafen Der Peter ist gerade schlafen Genau Ich kann ihn aber auch wecken wenn er will Ich habe ein bisschen Glas normalerweise hier vorbereitet Dann können wir erstmal dafür sorgen Dass wir ein paar Fenster haben Danach müssen wir uns natürlich ein bisschen auf Suche nach den Red Sunstone machen Das ist ein bisschen scheiße jetzt, dass wir uns jetzt auf die Suche machen müssen Aber das gehört eben zu Minecraft dazu So, Herr Arschloch, wie geht's Ihnen denn? Wer ist Arschloch? Was ist denn Arschloch? Du bist ein Arschloch Du bist ein Arschloch Lord, was hat Kai da gebaut? WTF? Wo, wer, wohin? Guck mal was er da gebaut hat Also ich sehe das Ach ja, das muss ich ja noch den Leuten zeigen Warte, ich gehe erstmal zu dir nach oben Du hast mir mal erzählt, dass er ein Baumhaus angefangen zu bauen hat Aber dass er so aus sieht, das sieht schon nice aus Also ich habe das wahrscheinlich schon nicht mehr gesehen Wir werden schon mal sehen, was er gemacht hat Was liegt da? Ja, das habe ich ja schon gesehen Also bis jetzt ist es ja nichts besonderes Das sieht aber nice aus Also ich, das ist für mich neu Also, das sieht noch nice aus Ja, ja, also die Idee ist gut Aber der hat jetzt momentan eher die League of Legends Phase Und spielt jetzt ein bisschen mehr League of Legends Genau wie ich das manchmal habe Manchmal spiele ich einfach nur die ganze Zeit Minecraft Oder auch die ganze Zeit League of Legends Ich kann mich nie darauf konzentrieren auf mehrere Spiele Also ich kann mich nie auf mehrere Spiele konzentrieren Es muss immer nur eins sein Also bei mir ist es immer so Dann weiß ich nicht, was bei dir los ist In deinem Maul Mhm Ja, genau Ja, also unsere Unsere Art des Kommentierens ist auf jeden Fall Sehr, sehr professionell und legendär, genau Deswegen müssen wir uns auch stetig beleidigen Oder ständig beleidigen So, wir fliegen erstmal zurück Und bauen weiter Das war doch die Idee, oder? Total eine Idee, ja, ja, ja What the fuck, Alter Leute, ich weiß nicht, was los ist Vielleicht habt ihr ne Ahnung, was er für Probleme hat Sagt der Richtige Ja, klar Genau Äh, das hab ich nicht gemacht Der lügt Der versucht ne Versucht ne den Spieß umzudrehen Das ist das einzige was er machen will Meine Güte, nennt mich die ganze Zeit Arschloch und dann wenn ich Arschloch sage Was? Du traust nicht Arschloch zu sagen? Das und vieles mehr Nein, sag's nicht, sag's nicht Sag's bitte nicht Auf meinem Kanal Okay Das ist gut So, vor langem überlegen, was sag ich jetzt, was sag ich jetzt So, ähm, ja was ich auch noch bauen wollte, was ich mir als Ziel gesetzt habe, war auf jeden Fall ein Jetpack Ja genau, sterben Ich will unbedingt sterben Ja, kann ich's vorstellen So Oh fuck Mann Diese, dieses gespringe die ganze Zeit So, noch ein bisschen Glas und dann hätten wir hier alles zugeklatscht Und ich find's auch genial, dass die Zombies durch die ganzen, durch das ganze Glas uns nicht sehen können Ich find, ich find, ich find, die hätten das einbauen sollen, nein, die können einen nicht sehen Durch, durch Fenster Weil das halt, weil das halt als Block zählt Und durch Blöcke können die Leute ja nicht sehen Ich seh auch ein Block, nur halt ein Glasblock Ja, aber die hätten das ja wahrscheinlich sagen können, indem, äh, wenn aber, äh, Glas da ist, dann sollen die einen trotzdem sehen können Also das hätten die bestimmt hinkriegen können Ich mein, wenn, wenn du ein Call of Duty hinkriegst, dann bekommst du auch ein Minecraft, äh, hin, dass du durch Fenster sehen kannst, meine Güte Oder? Ich weiß gar nicht mehr, was ich tue Genau, ich WTF Was ist los? Was ist denn? Achja, hast du überhaupt Glowstone letztes Mal mitgenommen? Äh, bisschen, nicht viel Wie viel hast du denn zur Verfügung? Für, äh, äh, ich hab doch daraus, ähm, was hab ich daraus gemacht? Ich glaub ich hab daraus Wann, was hab ich... Hä, was hab ich... Ach stimmt, ich hab daraus Lampen gemacht Lampen? Also, ist das ganze Glowstone weg? Ja, müsste alles weg sein, glaub ich Warte mal, ich guck mal nach Ich glaub es ist alles weg Das Problem ist jetzt, ich wollte jetzt einen Mace Rater bauen Äh, dazu bräuchte ich erstmal ein bisschen Holz, äh, damit ich überhaupt ein paar Kisten hab in der Nähe So, das hier kann ich irgendwie abholen Ich hab, ich hab sechs Stück noch Sechs Glowstone? Okay, das, das reicht auf jeden Fall für einen Jetpack Nee, vergiss es, vergiss es, vergiss es Wie, was, warum? Das ist kein Glowstone Was ist das dann gewesen? Weiß ich nicht Warte, ich hol, ich besorg dir mal ein bisschen Das wäre sehr nett, wer hat der Herr Hauptsache ich bekomm den ersten Jetpack Nein Ja, dann hol ich's dir nicht Okay Deal So, äh, ich muss erstmal ein bisschen Ordnung schaffen Das hier machen wir einfach rein, komm Und dann hol ich mir Holz Kann ich mir ein paar Kisten zusammen craften Ja, genau Ohne Rock Bench Die Frage ist jetzt, wo könnte ich meine Sachen hin platzieren Damit das auch gut aussieht Hm Genau, CrazyRoss left the game So, wir können das Let's play and spend, Leute Wir sehen uns beim nächsten Mal Ne, warte, ich weiß nicht, wo ich das hinpositionieren soll Ich renne immer noch hier rum Ich wollte noch nicht gekickt Das Problem ist, äh, halt Wo ist hier? Ne, das typische Problem Äh Ich bin hier Ja, wo ist hier? Ich wollte doch Klöscher holen Ach so Spast Ja, du bist ein Spast Spast Dass ich nicht mal merken kann, wo der andere Typ ist Weil ich schaue andere Typ Ja, ich Nee Ja, ich weiß, nee Ich weiß, dass du das nicht merken kannst Ja Ich weiß nicht mal, ob das ein Mensch bist Ich wusste sogar nicht, dass du ein Alien bist Aber jetzt weiß ich mich noch mal Maul, das geht? Ja, ich weiß Nee, ich will ja nicht von dem, dem Scheiß warte Nein, das geht nicht Das geht nur auf der linken Seite, okay Natürlich geht das Der Maul Also werde ich auch mal gekickt? Oder so? Ja Hm Ich kann nichts abholen Ich werde überlegen, wie sich das anstellen soll Wie das schön aussehen soll Oder könnte Ich glaube, ich habe eine Idee Ich muss erstmal zwei Crafting Tables erstellen Damit das gehen kann So, erstmal brauche ich vier Holz Das wird dann zu einer Crafting Table Dann das hier Und ich gehe erstmal schlafen So, momentan habe ich keine Probleme mit der FBS Das heißt, ich glaube, ich habe das Problem gelöst Yay Schade Wie schade Ja, du solltest mehr dran arbeiten Wie? So Du Erhoffst dir Irgendwie, dass ich mehr zu arbeiten habe Ja Nur weil darum Ja Boah Was für ein netter Typ Leute, ich weiß Abonniert den Typen, der so nett ist, bitte Ja Und ja Abonniert mich, komm schon Abonnieren Gleich ist der sowieso viel größer als ich Weil die Videos viel besser ankommen, die er tut und macht Also Dummheit kommt einfach gut an, Leute Ja Ja Ist doch so Warte, ich weiß nicht mehr, wo ich dran bin So, ich hole mir ein bisschen Tin Copper Eisen Sag mal, kennst du den Tanzverbot? Den Tanzverbot? Ja, zufälligerweise Nein Nicht Nein Bist ja schon, bist ja so oft auf YouTube und du hast noch nie Tanzverbot gesehen Niemenswo Nein Also auf jeden Fall der dümmste Egal, ich sag lieber nichts darüber Du sollst mal daran googeln und guck dir einfach mindestens ein Video an Warum kannst du mir das nicht einfach erklären, damit die Leute das auch wissen Nee, das ist, das ist, das überschreitet schon die Dummheit Den Tanzverbot? Ja, den Tanzverbot Äh, ist Ist die Erklärung nicht schon eigentlich die Erklärung? So gesagt Das war die Erklärung Die Dummheit, äh, Dummheit kann man nicht erklären, wie wirst du Dummheit erklären? So, ähm, wir brauchen einen Mace Rater Oh, ich will nicht runtergekickt werden Mann Wir brauchen das, wir brauchen das hier als erstes Super Halsmaul Wie, Halsmaul Du, ich mein diese Gas Was ist, woher seid ihr? Ich höre die ganze Zeit hier Dieses Gas Gas, genau, Gas Gas Du willst mich vergasen? War mir so klein, dass ich das sagen So, wir machen noch schnell einen Gain Rater Ich glaub, das könnten wir sogar tun Eines, der für RF gut wäre Alter, das könnte gefährlich werden hier Wie, warum? Wo sind hier die G... Also, dafür brauchen wir auch jede Menge... Was ist das denn? Unten... Ey, hier unten gibt's Bäume Wo? In der Hölle In der Hölle, ja, da gibt's Bäume, ja Das ist, äh, Biom Sublenty, soweit ich das weiß Das könnte auch was anderes sein, ja Äh, ich bin grad ein bisschen verwirrt Ich bin grad so, so auf der Leitung Ich lauf hier hin und her und mach gar nichts So, warte, ich wollte einen Mace, einen Generator bauen Boah, ich hab so keine Lust gegen... Ich will jetzt nicht runtergekickt werden Scheiße, ich sollte, glaub ich, meine... Ich geh mal lieber... So Steine Boah, ich hab genau ein... genau acht Steine für... Für einen Ofen Für einen Ofen Das wär auf jeden Fall genial Es ist sehr, sehr eigenartig, dass ich bei dir die ganze Zeit dieses Rauschen höre Das hat man vorher nie gehört Aber das wirst du wahrscheinlich... Ja, das ist voll komisch Ja Und das stört mich auch übelst Also dich kann es ja nicht stören, aber es stört dich wahrscheinlich, dass es uns stört Ne, das stört mich, dass jemand anderer da... dass du das zum Beispiel hast Das stört mich übelst Du kannst, glaub ich, Rauschunterdrückung aktivieren Dann müsste man... Hab ich ja! Hast du? Ja! Vielleicht hat die Rauschunterdrückung das wahrscheinlich so... Aber weißt du, was das komische ist? Wenn ich ja selber was aufnehme, dann... also... nur meine Stimme und nur meine Stimme, äh... wenn... Da hört man den Hintergrund nicht Also das Hintergrundgeräusch nicht Das sind wir nur, wenn ich mit jemandem telefoniere Wie zum Beispiel mit dir So, wie zum Beispiel mit dir So voll... voll am... am... abkratzen So, das könnten wir tun Dann bräuchten wir noch, glaub ich, drei Stück Den müssten wir eigentlich haben Zwei... Jetzt fehlt nur noch einer, komm Den müssten wir noch bekommen Oh ne, das fühlt mich viel zu viel... viel zu gefährlich, Alter Ich geh wieder zurück Wie viel hast du jetzt, ähm... Gar nichts Wie du hast gar nichts Ich muss erst mal meine Sachen wegpacken Weil wenn ich runtergeschleudert werde, dann... dann hab ich meine ganzen Sachen weg Er hat da so ne kleine Idee Und zwar, ich baum ne Kiste Und diese Kiste packe ich... ist nicht dein Ernst Wie, was ist jetzt passiert? Also, ich dachte... vergiss es Also wir brauchen nochmal fünf Eisen, meine Güte Ich hab Eisen hier Wenn du willst, kannst du dich... etwas bedienen Nee, aber das Problem ist, ich hab ja auch Eisen Aber ich hab das noch nicht umgewandelt Weißt du sagst, wie du Eisen hast Nee Ich hab Eisen Aber es ist noch nicht umgewandelt worden Das ist eigentlich das Problem Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen warten Bis ich überhaupt die Maschinen habe Deswegen wird das erstmal ne etwas langweil... langweiligere Folge Und zwar... Weil wir ne Kraften werden Jetzt, glaub ich, in der nächsten Stunde, so gesagt Das wird schön Aber das ist halt, äh, Feet the Beast Das, äh, ging schon immer ums Kraften Und wir versuchen das halt so gut wie möglich hinzukriegen Dass wir die langweiligen Szenen in den Streams machen Ich glaub das nächste Mal, äh, wenn wir wieder streamen Was machen wir da? Wieder farmen oder wie? Ja... Farmen halt Oder was willst du sonst noch machen? Ja Oder ich glaub ich gradige hier mal die ganze Stelle hier Vielleicht mit den Maschinen Ansonsten wird das ja viel zu langweilig Damit wir auch ein bisschen vorankommen Ansonsten sind wir bei Folge 100 Und haben erstmal die Grundausstattung Dann, yay, jetzt kann's erst richtig losgehen So gesagt So, wir müssen... Ich glaub das müsste reichen Jetzt das Eisen Äh, da wär's Und vorher kann ich mir jederzeit immer holen Warte, warte Hier gibt's doch irgendwo... Ich glaub es ist Receipt Mode Da geht's auf jeden Fall besser Oh nein, verpiss dich, Alter Nein, hör auf Komm schon So ne Scheiße, verpiss dich mal Warum soll ich mich verbissen? Nicht du, du Pimmelkopf, Alter Nein, du hast mich gemeint Versuch das nur irgendwie zu vertuschen Na klar Weil du ja auch nichts besseres zu tun hast Als mich zu beleidigen Ja So, wir hätten jetzt erstmal einen Generator gebaut Endlich haben wir es geschafft Wir haben einen Generator gebaut, Leute Wir können endlich mal unsere ganze Kohle verbraten Das ist auf jeden Fall schon immer mein Traum gewesen Hoff ich doch Lol Okay Die Frage ist jetzt Wo stelle ich das dann hin? Ich glaub ich stell das einfach hier hin So, das nächste Was wir craften müssen ist ein Generator Und wir bräuchten erstmal Kohle So Ich glaub ich mach sogar cool, cool Blöcke Die sind auf jeden Fall Viel Platz sparender Au 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 Oh Fuck Ey, du hast das Fuck Fuck Wort benutzt Und? Möchtest du jetzt schallen? Nein, ich will sagen, dass Das das Fuck Wort war Ist nicht dein Ernst Lass mich Boah Was ist Schluss? Nein, da greff ich an Fuck Okay, du bist hier Von den äh Zombies Nein Von Gas Was ist das? Okay Du hast